Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, Patrick zu bekommen. Perfekt. Oh mein Gott, 92, hey, voll easy. Okay. Endlich Spongebob. Boah, das Ding ist, es gibt ja gar kein Gelb. Wartet mal, Grün. Wartet, Spongebob ist richtig schwer. Wie bekommen wir denn, äh, wie bekommen wir denn Gelb, Leute? Ich habe in der Schulzeit nicht aufgepasst. So bekommen wir Gelb. Nee. Aha. Schulbildung mit Nessie. Guck mal. 100 Punkte. Vielleicht noch ein kleines bisschen hier weg und ein kleines bisschen da. Nee. Oh, die Waschmaschine ist fertig. Hört ihr das Tuten? Ich hasse die Waschmaschine. Die tutet ständig. Den ganzen Tag macht die tut, tut, tut. Nee, das ist jetzt ein bisschen zu krass. Komm schon, Spongebob. Spongebob muss perfekt sein, Leute. 100 Punkte. 100 Punkte, kommt schon. 97 Punkte. Nenn mich Spongebob Queen. Seid ihr auch Spongebob-Fans? Ich liebe Spongebob einfach so sehr. Die Serie meiner Kinder hat die so geliebt. Und es ist ein wenig bait. Bein. Vielen Dank.